Tina war schon immer eine Tierliebhaberin, aber sie hätte nie erwartet, dass eine einfache Fahrt an einem der Stützpunkte ihr Leben für immer verändern würde. Als sie sich an jenem schicksalhaften Tag dem Stützpunkt nährte, bemerkte sie eine Gruppe von Wachen, die sich am Eingang versammelt hatten. Ihre Neugier war geweckt, also verlangsamte sie, um zu sehen, was los war. Was sie als nächstes sah, füllte ihr Herz mit Schrecken. Ein winziger Welpe lag auf dem Boden, krümmte sich vor Schmerzen, seine Pfote vom vorbeifahrenden LKW zerquetscht. Die kläglichen Schreie des armen Tieres heilten durch die Luft und zogen an Tinas Herzsträngen. Sie konnte es nicht ertragen, sein Leiden mit anzusehen, doch die Reaktion eines Wächters erschütterte sie zutiefst. Ein Wächter, unfähig den Anblick des peinigenden Welpen zu ertragen, beschloss, seinem Leiden ein Ende zu setzen und beabsichtigte, ihn mit einem Seil zu erwürgen. Tina konnte nicht glauben, was sie sah, und wusste, dass sie eingreifen musste. Ohne zu zögern, stürzte Tina aus ihrem Auto und flehte den Wächter an, den Welpen nicht weiter zu verletzen. Sie konnte es nicht ertragen, das unschuldige Geschöpf auf so brutale Weise sterben zu lassen. Mit dem verwundeten Welpen in ihren Armen eilte Tina zur nächsten Tierklinik. Die Tierärzte arbeiteten unermüdlich daran, das Leben des Kleinen zu retten, und sie trafen die schwierige Entscheidung, die verletzte Pfote zu amputieren, um weiteres Leiden zu verhindern. Als die Tage zu Wochen wurden, verfolgte Tina den Fortschritt des Welpen genau. Der Welpe, den Tina Rich nannte, stand vor zahlreichen Herausforderungen. Seine physischen Verletzungen waren schwerwiegend und seine emotionalen Narben tief. Er kämpfte damit, jemandem zu vertrauen, auch Tina, die ihn nur mit Liebe und Fürsorge überschütten wollte. Tina weigerte sich, Rich aufzugeben, und sie überzeugte einen Bekannten, ihn vorübergehend für einen Monat aufzunehmen, um ihm beim Anpassen zu helfen. Doch das Schicksal hatte andere Pläne, denn niemand sonst war bereit, die Verantwortung für einen Hund mit solchen besonderen Bedürfnissen zu übernehmen. Monate vergingen, und Tinas Geduld und Hingabe zahlten sich aus. Mit Zeit und Pflege begann ein Knochen aus dem Knorpel zu wachsen und heilte allmählich Richs stumpf. Erstaunlicherweise verwandelte sich Rich in den gehorsamsten aller Hunde von Tina. Obwohl die körperliche Heilung offensichtlich war, blieben die emotionalen Narben bestehen. Angst und Misstrauen blieben bestehen, aber Tina gab niemals auf. Sie arbeitete weiter mit Rich zusammen, um ihm zu helfen, seine vergangenen Traumata zu überwinden.